Ich bin halt der DJ heute. Man hat mich gefragt und ich habe ja gesagt, weil ich mache gerne Musik, bin ja schon lange DJ auch halt. Wenn es einer drauf hat, dann ich. Bin alles gut drauf, noch besser drunter natürlich. Lieber auf jeden Fall Frauen, ich gebe denen leidenschaftlich gerne Massagen und wenn es weiter geht, habe ich auch nichts dagegen. Wie charmant von dir Peggel. Einer der intelligentesten Männer ist heute hier. Peggel. Ja, jetzt werde ich froh und in die Schweiz drehen kommen. Ja!